ich zieh mal den scheiß helm jetzt hier an für die augen tschüch alter leckwischer marsch wir haben schnitzel wäre jetzt geil alle ja und kroketten na wie soll es auch anders sein ich krieg beim aufnehmen hunger das wird sonst zu groß deswegen soll es vielleicht mal kurz abbrechen ja weil ich keine lust habe fünf stunden video zu durchsuchen bis zu dem ziel kommen wo du den letzten schuss macht habt ihr schon idee in meinem kopf also schon eine richtig gute idee sehr schön jeder von uns hat eine enderperle in der atom kriegt dann noch eine woher geht er schon vor aller was mit dir los kam ist es das safe kam er da durch wie du sagst nicht ich sag nicht ich glaube du bist doch wieder in so einem kleinen raum du musst du musst aber es machen dann passt das ein bisschen besser so schlägt ihr hier in der enderperle reinkommen wir gehen durch ja ok lege ich jetzt zwei rein fünf stück rechtsklick mit rechtsklick reinwerfen ja mit rechtsklick wirfst du die in das loch rein und dann bist du und dann halt durch das portal ach du kannst du dich dann automatisch oder ja was ist das jetzt hier ist das jetzt endertown oder was das ist äh ender island hier ender island ja ich muss mal gucken wo oh nein bau dich schnell hoch was passiert denn wenn ich das ding hier abbau oh da fallen diese früchte raus ja da äh äh koreos frucht keine ahnung was man damit machen kann willst du es probieren auch mal rein oh man teleportiert sich ja oh nein nice uuuuuh ahahahahahahahahahahaha ähm ähm äh 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 ku äh 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 Soll ich das probieren? Bestimmt, ansonsten können wir uns auch zurückbauen. Ähm, du kannst es probieren, Tom, aber ich weiß nicht, wo du dann landest und ich würde lieber an deiner Stelle warten, bis Tommy da ist, dass er das Portal eingebaut hat, weil sonst fällst du ziemlich tief. Ja, okay. Macht Sinn, ne? Okay. Achso, dann soll ich erstmal eine Plattform bauen? Nee, ja, ganz schnell, wenn das geht. Dann geht das mal bei der Booth, wenn das mal mit dem Schiff dahin, oder? Ja, ist ja gleich klar, 5 Minuten. Mit der Zeit farme ich jede Menge von diesen Früchten. Ender City! Was ist mit dir da los, Junge? Wie, Ender City hast du gefunden? Nee. Hast du, die will nichts mit? Ja, also man kann wieder zurückkehren durch die Portale, schüsse. Bastel. Durch das, was wir gekommen sind, oder? Ja, ja. Ja, gut, dann sollten wir das, äh, uns merken, ne? Ich glaube, ich würde sozusagen erstmal wieder zurück, ne? In die Hauptwelt. Warum? Ja, du könntest Obsidian mitbringen, dass wir ne Enderkiste bauen können. Dann kann der Tommy die da reinlegen. Und dann baut er sich in unserer Welt wieder ne Endertruhe, und dann kommt er da dran. Achso, wenn die Enderperlen da drin sind, macht ja wenig Sinn. Obwohl, ich sterb ja eh nicht, also von daher. Wie soll ich denn? Wie soll ich denn? Wie soll ich denn? Haaah. Okay. Also EnderCity wird halt heftig, ne? Da war noch diese, diese Selbstabwehr-Dinger da, ne? Ja. Deswegen. Ich hab diesen scheiß Krattenkopf an. Haaah. Hat mal einer vier Erde für mich. Obwohl, ne, warte. Nee, mir, was ist das? Warte. Kann ich mir ja hier. Franz hat ja Panik, Panikbild gemacht, alter. Ja. Ach, hier war ja bei den Dach, ne? Ich weiß, wie bei den Dach war. Wie heißt der? EnderCity. Ich vermisse. Toffend. Alles gut. Hier kannst du jetzt ne Enderfarm bauen. Nimmst du schon wieder auf? Ja. Warum? Ja, dann brauche ich ja nix hochladen. Ja, liebe Zuschauer, wir stehen jetzt hier einfach nur rum und warten, weil wir halt nurige Leute sind. Kannst du ja mal ein bisschen rumgucken, vielleicht findest du ja noch ein anderes Portal. Äh, ja, ich bin eben schon rumgelaufen. Ich hab nur Angst, dass ich nicht mehr zurückfinde. Ja, dann baust du dir jetzt eine Erdpille hier hoch und dann findest du schon zurück und dann über die Karte. Guck mal, das ist so ein Haus da hinten da oben, Allah. Wo? Guck mal auf der Karte, guck mal ein bisschen nördlich, eine Insel. Ja, ich kann nicht auf die Karte gucken. Ja, wir warten bis Tom da ist, weil er hat nämlich keinen Helm. So. Ich hab Helm. Wir können auch warten bis er da ist. Ja, wir warten, er ist auch gleich da. Ihr könnt ja kurz warten, dann. Wir können aber warten bis Tom da ist. Ja, ich bin auch der Meinung, wir warten bis Tom da ist, also sonst ist alles sinnlos. Warten wir bis Tom da ist? Okay, wir warten bis Tom da ist. Also ich bin da nicht noch nicht so überzeugt von, dass wir warten bis Tom da ist, aber gut. Sollen wir warten bis Tom da ist? Ja, wir warten bis Tom da ist. Jetzt hab ich so ernsthaft vergessen. Ich hab da reingelt. Es ist schön, dass ihr runtergefallen seid. Die Britney guckt in die Luft mit seinem Subber. Oh, guck mal, man kann die schieben. Komm, ich schieb dich mal an den Rand von der Welt. Man kann die Britney schieben? Ja, guck. Und wenn ich jetzt... Ist der Total da? Oder nochmal? Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Also hier, ähm... Also hier, ähm... Da wird schon ein Ende drinnen. Mhm, mhm. Ich bin gerade auf dem Weg aufpassen. Du bist nur den... Wasserfall hochschwimmen. Du bist nur den... Soll ich jetzt hier... Was soll ich jetzt hier... Plattformbaum hier? Oder nochmal... Hm? Ist der Ernst? So... Da ist ne Kiste. Hoh, hoch gebaut, was? Ja, da ist ne Kiste, wo die Enderperlen drin sind. Das muss ich hier einfach reinwerfen, oder? Ja, in das... Portal halt. Um jetzt erstmal was zu fordern. Oh, sonst hüttelt, dass ihr hier ne Plattform gebaut habt. Ich bin genau hier drin. Ich hab die Reis gebaut. Ach, hat er auch gebaut. Oh, dann fällt es automatisch. Du brauchst ja einen Sporn. sicher ist sicher präden wo bist du das auch ja brittner hat noch mal ich hab noch zehn und die frittner er wird nicht er lauf mal vor hinter der dritte gefallen also ich bin dafür dass pritni vorläuft Ja, Britney läuft vor. Ich seh nichts, Alter. Ach, Dasi, willst du den Lila Ton da, ne? Ja, genau. Ich hab die noch auch, ne? Wollen wir noch jemanden Kürbis hin? Ist der Buch gerade so durchgelegt? Ja, ja, aber genau, ich sehe einen Affiliate. Wo seid ihr? Ich seh euch nicht mehr. Ah, hier.